Hallo und willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash! Wie zum Beispiel bei diesem Tod hier? Willkommen! Willkommen! Warte mal, was geht hier vor sich? Da setzt du an, dass ich mich erinnere, so eine Band, dass du sogar Schalker ist! Mario? Nein, aber unmöglich! Mario wollte niemals den langen Weg bis zu Inverrissau kommen! Was bist du so einer Top-Mario-Doppelgänger? Wie viel bekommst du denn für deinen Auftritt? Acht, neun Münzen für die Stunde? Egal, schau ruhig einmal an meinen Kartenheim, darum folge vorbei und du bist hier in den Kampfkarten! Ja, Kampfkarten haben wir auch Plätze bekommen, damit wir in den Kämpfen halt damit kämpfen können! Oh, richtig! Und wenn du die Scheikeites findest, die meine Karten geschwollt haben, mal reiß Papier aus ihnen! Hey Mario, das war kein guter Tag mit den Kampfkarten! Ich muss allerdings sagen, in Sachen eines Hustbefehl könntest du auch etwas im Kopf gebrauchen! Wenn du also etwas üben möchtest, schau doch einfach in meinen Kampfkarten vorbei! Ähm, der wohnt ich auch! Also, wenn du gar nichts aufdrehen hast, können wir auch einfach einen Film oder so ansehen! Ach, wir haben das schon drauf mit den Kommandos! Ich meine, mit A springen auf Gegner, oder auch rechts mit A drücken mit Hammerangriff, das ist doch kein Problem! Okay, das kann ich! Achja, Fabian haben wir auch letztes Mal getroffen! Buhuhuhu, die großen Farbsterne! Sie sind fort! Fort! Hm, der Farbeimer scheint mir unter Schock zu stehen! Bitte nicht weinen, Herr Farbeimer! Lassen Sie uns helfen! Vielleicht können wir sie ja wiederfinden! Die, wie hießen die noch? Großen Farbsterne? Nichts zu machen! Sie sind fort! Sie sind alle fort! Fort Prispo! Ohne die großen Farbsteine ist wie, wie Grünkohl! Ohne Blaubeeren! Zuerst einmal, dies wirklich verstehe ich nicht! Und zu zweitem, ich geht! Aber drittens, diese Farbsterne scheint dir wirklich wichtig zu sein! Und schließlich hast du mir gerade das Leben gerettet! Alles ist so schrecklich! Buhuhuhu! Moment, was riecht hier so? Das riecht hier wie ein Farbstern! Ich wusste es! Zieh mal nach oben! Da ist einer der großen Farbsterne! Oh! Ist ja nicht umwerfend! Gut, Prinzessin! Mario! Toad! Vielleicht könnt ihr mir ja doch helfen! Helf mir dabei, den großen Farbsterne wieder zu finden! Und ich will mich ja nicht beschweren, aber für euch habe ich alles gegeben! Da hat er recht! Wir sollten ihm ein gewisses Gefallen! Außerdem sagte er mir mein Gefühl, dass all dieses mit unserer Suche zusammenhängt! Was meinst du, Mario? Wollen wir dem Farbeimer helfen? Ich bin zwar ein Farbeimer, aber ich heiße ihn nicht so! Ihr könnt mich Fabian nennen! Und vielen Dank für die Hilfe! Das bedeutet mir wirklich etwas! Also los! Retten wir den großen Farbstern! Achte gerade nicht auf mich! Ich mache mich einfach unter der Tasche bequem! Yay! Haha! Wenn du blauern möchtest, drücke einfach den Steuerkopf nach oben! Um mich zu rufen! Das ist einfacher und schmerzfreier als mich mit den Hammer zu schlagen! Ich kenne diese Stadt wie meinen eigenen Deckel! Als Züge rennt er nicht um mich zu Rat zu fragen! Soll es sich tief verlaufen! Wir hätten doch etwas erwarten, Mario! Wir treffen uns ja später! Mario, man sagt immer Papier ist geduldig! Also haltet durch! Oh! Danke für die Heilung! Die jetzt nicht so unbedingt nötig war! Weil immer du dir genickknützt, komm zu mir! Dann büchen wir alles wieder aus und deine Kapitel kann ich auch erfüllen! Danke dafür! Aber wir färben erstmal alles hier ein! Ja! So! Jeden einzelnen Fleck! Und den Tod auch! Ich habe nur den Blumen betrachtet, als ich mich plötzlich so leer gefühlt habe! Wenn ich selbst einen Hammer hätte, hätte ich damit ja auf die Blumen oder Bäume schlagen können, um es wirklich so einzufärben! Also, wenn ich meinen eigenen Hammer gehabt hätte und mich doch hätte bewegen können, natürlich! Die übersteckt mit dem Podpress mal so viel Farbe, dass du das ungefähr hier alle bekommen kannst! Was ist das denn? Sag mal! Mach doch nichts aus! Ja, das machen wir gleich! Oh! Ein abgelusster Hammer! Jetzt ruhig wieder ein bisschen Rot und Gelb! Orange! Abgelusster Sprung! Sehr schön! Jetzt auch noch einfärben! Wir färben alles ein! Denn... Ich will in jedem Level alles einfärben! Das ist mein Ziel für dieses Display! Also eines der Ziele! Also eines der Ziele! Das ist einzufärben hier! Das geht! Das geht! Das ist noch! Und... Hier Rot! Mit dem Hammer! Die Farbe geht wirklich schnell alle! Sehr schnell! Wir würden versuchen, dass wir nur einmal treffen müssen! Hier ist noch Rot! Da ist Rot! Ja, da oben ist auch so ein... Oh! Hat keine Farbe! Da aber da kommen wir grad nicht hin! Leider! Und noch den Taun hier! Oh! 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 Und da! Das war kein Albtraum! Das ist wirklich passiert! Sie haben wirklich unseren schönen Prosparbron zerstört! Aber jetzt, doch hier bist Mario! Sorgst du schon dafür, dass alles in Ordnung kommt? Bitte findet unsere wertvolleren Farbständer und rette uns vor einem Leben voller Form basses Schönfest! Kein Stress! Und willkommen, Roten Viertel! Das ist also unser Roten Viertel! Gut zu wissen! das ist nicht gut dann kommen wir wieder ein paar sachen gut sehr gut danke 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 gut habe ich gebraucht und wenn wir auch diesen unseren postkarten tod hier ein ich trage doch die post aus mario was ist denn mit ihm passiert das letzte an dem ich erinnere ist dass ich von ein paar scheikern eingriffen wurde mit strohhalm ich fühle mich immer noch so als würde etwas mit meinem kopf nicht stimmen kannst du mal nachsehen ich muss mich doch noch davor stehen ich bin ein postkarte aus port prisma schau ruhig einmal meinen postkarte vorbei wenn du zufällig im blauen viertel bist du kannst sogar deine post her schicken lassen so lange du in unserer stadt wohnen ist das nicht toll also danke doch einmal dass du mich gerät hast mario so zurück an der arbeit ja gern geschehen machen wir doch gerne i guess so ich habe hier ist erst mal soweit alles eingefärbt was wir einfärben können gehen wir mal kurz hier runter bei jetzt auch noch ein bisschen was wie dieses steht hier doch das war hafen ist hier noch was hier ist nichts nur das steht war weiß gut gehen wir da mal nach links das in das blaue fülle muss es gewesen sein oder ja das blaue fülle viele bunte farben wir alles ein und die brücke ist kaputt massiv ist der tor dazu sagt nicht die brücke bloß nicht die brücke oh wie gemein der sonderste teil des formen folie liegt auf der anderen seite der brücke ich will zwar kein experten sagten brücken reparator aber ich bin ein experter sagen brücken reparator experten also kannst du mich kaufen wenn ich sage ja wir brauchen ein ja toll ja da braucht ein brücken experten haben wir nicht einen grünen port prisma ja wer klein aber der hat die stadt verlassen und jetzt arbeitet er irgendwo an irgendwas irgendwo irgendwas hast du nicht gesagt du wirst ein experte in sachen brücken experten egal die brücke können wir wohl erst mal vergessen hey noch eine kurze erinnerung wenn ich verlaufen hast und nicht weiter weiß drück einfach nochmal den zöger so oben da komme ich und tue mein bestes dir zu helfen ja brauchen wir aber gerade nicht sagen die frage kaputt jetzt komme ich nicht so passt abend naja und hier können wir speichern das ist ein speicherblock spreche dagegen um ein spielforscher zu speichern und wenn du mehr über das speichern erfahre ich jetzt berühre das äh fragezeichen buch dingens auf den game wird uns wieder die elektrischen bildungsleitung an nein nicht jetzt weiter zeitpunkt dafür auch wieder bis farbe grün ist auch nicht schlecht vor allem gelb weil für dieses tor du bist ein richtiger handwerker sie nur die tür so gut wie neu jetzt sollte sie öffnen öffnen farblöse sie gegen französieren nicht so wie sie sollten bis sie jetzt eingefärbt sind also keine zurückhaltung mit dem farbhammer ja 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 ich weiß aber das brauchen wir gerade nicht gumm nein boom ach jetzt habe ich mir das so lange für den richtigen mit aufgewahrt und jetzt das neiger angriff nächste kampf so wir haben unsere äh karten wir haben sowohl karten ohne farben als auch jetzt karten mit farben die karten mit farben müssen nicht eingefärben ist doch logisch eins zwei drei vier fünf wenn ich nur bumm statt einstarkum gesagt hätte oh das ist ja eine hammerpappe wenn du von denen genug sammelst hat in deinem farbhammer mehr farbe platz manchmal lassen sich gegner nach einem kampf äh machen manchmal lassen sich gegner nach einem kampf eine fallen also sammel sie schnell bevor sie verschwinden ja und es gibt schon einiges gute nacht du grausame welt warte mal du bist kein kumpa du bist ja mario ich kann kaum glauben dass sie so kärmig erwischt hat ich habe gegen den allerersten kumpa verloren also danke dass du mich wieder eingefärbt hast das hier ist das blaue volle von port prisma oder nun ja so wie es war es das mal wer weiß schon wie viel farbe diese schufte mit abgesagt haben hoffentlich kannst du ihnen das handwerk legen ja das werden wir schon keine sorge belastet es mir warte mal was geht hier vor sich normalerweise fließt hier wasser und treibt das wasserrad an das sieht so toll aus jetzt sieht es einfach still und bewegt sich nicht das ist weniger toll ja 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 ich weiß ich weiß ich weiß das brauchst du uns nicht ständig zu sagen farbe an dass wir dich rufen können mit gestorben aus da oben so hier noch alles einwärmen und den toad dieses wasserrad ist einfach das beste ganz oben auf der liste meiner 500 liebes wasserreide wasserreide und ja bevor du fragst ich habe bereits mehr als 500 wasserreide gesehen was ist denn da los warum dreht sich das rad nicht ha das ist so kurz wie gestrichen aus der liste meiner 500 liebes wasserreide äh blablabla ich kann ah die toadstimme sprengen strengt einfach an ah ich könnte dich ewig machen warum sind jetzt einfach so viele toads aber gut erst mal wieder schon die stimme ich hoffe ich bin blau oder grün so geht's auch danke jetzt will ich sonst auch was äh ich glaube das war es erstmal hier oben in diesem bereich mehr rot und mehr Schuhe abgürste Sprünge die schwächste Angriffe die wir haben können also das ist schon eingefärbt okay hey du willst du ja keiniges wissen ja nur ein Stück hier näher ja genau so schärf äh was wo ist mein Strohhalm hin weg weggeworfen okay zuvor auch wieder ein abgelostes Sprung reicht das ich hoffe doch ah locker du willst also das keines wirst wirklich wissen ich trage ein maskeweiser schüchtern bin ja du heißt ja auch schei geil deswegen ja hier können wir das einfärben das braucht jede grün sehr schön und den toad auch mario es etwas furchtbares ist passiert eine balle von schallgeist mit Strohhalm hat in den Portrissen eingefallen und hat alle farbe gestohlen als letzte reizung habe ich die kruppapier und notfalltür aktiviert aber so viel kruppapier können wir niemals aufbrauchen und jetzt weiß ich nicht mehr wohin damit dann danke dafür ha maximale farbhöchstatt erhöht wir haben gesammelt Da wird er sich doch schon einiges mehr machen. Oh, Mario. Ich hätte gehofft, dass du herkommen würdest. Also, ist alles gerecht? Hast du alles wieder eingefärbt und baute besiegt und die Patienten jetzt gerettet? Was meinst du damit? Nein, dann meine Arbeit. Dann machst du doch selber. Hetzt uns nicht so. Das geht halt nicht so schnell. Dieser Toad. Echt mal. Oh, wie ist jetzt ein Gelbwürdel? Noch eher sein Griff. Bonk, 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 Bonk. Könnt ihr eigentlich hören, was ich auf dem Gamepad mache? Ich glaube nicht, dass es wahrscheinlich ein bisschen zu leise ist, oder? Naja, mach ja nichts. Hauptsache, ich weiß, was ich mache. Ich habe versucht, mich zu tarnen, indem ich mich zu dieser gelben Wand gestellt habe. Aber das haben die so durchschaut. Jetzt, dass du mich gerettet hast, wird mir einiges klar. Hier sollte ich mehr Risiken eingehen. Und los! Jit. Okay, tschüss. Hast du es überlebt? Mario, hier drin, Hilfe! Oh, Mario, mein Held! Hehe, hast du diese quietsche, die nervige Stimme gehört? Im Toast nach, habe ich unschlackt. Und du weißt, woran ich noch ganz schwerer Kopf bin? Im Kampf! Ey, gegnerst du erst mal gegriffen, das ist unfair! Ich konnte nichts dagegen machen! Danke dafür! Dafür wirst du jetzt kaputt gemacht! Mit meinen Stiefeln! Das wird kein Perfekt werden! Mist, die wird wirklich ein Held! Ja! Mario, hier drin, Hilfe! Noch mehr! Oh ja, jetzt mal langsam! Wie hast du da erwartet? Bitte entschuldige dich, dass die... Willkommst du ja, von dem Port Prisberg, so spätig aufgefallen ist... Ausgefallen ist! Vielmehr, dass sie völlig ausgefallen ist... Ausgefallen! Wie ihr sicher schon wisst, wurden wir von einer Invasion farbstehender Scherke überrascht! Nun, dies sind jedenfalls eure Gästezimmer! Wenn alles nach Bluff gegangen wäre, hätte ich sie euch schon viel früher gezeigt! Wie siehst du denn aus, Mario? Hast du bereits Farbstehender für Farbstehender zurückgeholt? Ah, Prinzessin Peach! Bitte da hoffen wir euch verspätet, in unserer bescheidenden Stadt willkommen zu heißen! Ihr seid sicher von einer langen Reise erschöpft, also rutscht euch so gerne in dieses Zimmerhaus! Ich danke dir, dieser Toad! Nach alter Aufregung sind wir in der Tat ein wenig erschöpft, also werden wir in diesen Ankommen gerne zurückkommen! Viel Glück, Mario! Zöge dich nicht, mich zu suchen, wenn du dich erholen möchtest! Oder auch, wenn du nur etwas Aufmerksamkeit brauchst! Beglaube nicht, Mario! Ich muss mich nur noch verabschieden! Es gibt zu vieles, worum ich das nicht kümmern muss! Ich wünsche dir viel Glück da draußen, Mario! Gut, aber mach rein, wie es hier aussieht in diesem Zimmerchen! Äh, wo ist P-Schen? Sei vorsichtig da draußen, Mario! Wenn du die Kippe ausgehen, komm wieder zurück und ruhig dich aus! Spiel dich den Helden! Ich meine, du bist natürlich der Held, aber übertreib dich doch nicht! Du weißt schon! Ach, hier links! Zieh nur Mario, ist es nicht ein marisches Zimmer? Wie entzückend! Ich hoffe, es macht ihr nichts aus, weil ich mich gar nicht ausruhe, während du und Fabian in der Hand an Farbsteine suchen! Ich spreche wohl auch von Mario, weil ich sage, kein Falles-Franzessin! Ausfall ist eine gute Idee! Mit eines Glücks sollten wir alle Farbsteine in Hand bringen, wie wir zurückgehört haben! Ich danke dir, Fabian! Haltet euch uns selbst in schweren Zeiten! Das ist ja so lieb! Das ist wirklich sehr schön hier! Ganz nett! Heißt es, dass Toad und Peach zusammen in einem Bett schlafen? Das ist ja so lieb! Das würde ich nicht so schön finden, wenn ich sie wäre! Das ist ja so lieb! Ich habe nicht erwartet, dass wir drei Goombas sind! Äh, was brauchen wir denn dagegen? Wie wäre es denn mit... Hm, nee, das würde ich nehmen einfach einen! Abgenutzen haben wir! Denn sie trifft auch ein anderer, nicht klar! Nicht der Erste, sondern auch... Es trifft einfach alle! Sehr gut! Ich dachte, es trifft jetzt nur den zweiten mit, aber... Okay, es trifft alle! Oh, das können wir aufmachen! Für eine Abkürzung! Gut! Hier, siehst du einen färben? Okay! Dann gehen wir mal hoch! Sieh nur, er ist so darauf konzentriert, dass die Farbe zu stehen, dass er uns noch nicht am Merken kommen sieht! Dieser Kerl muss der Grund sein, warum sich das Rad nicht dreht! Er sagt, er wartet die Farbe ab und das alles steht still! Ja, 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 ja! Das brauchst du natürlich nicht, zu sagen, Fabian! Oh, jede Menge wünschen! Wow! Na dann! Ihr seid gefühlt haben mal.. intakt! Ja, ja vielleicht ist das dein Ziel da! uter Und damit können wir wieder das Wasser einfärben. Und das Wasser fließt wieder mit uns mit. Wo treiben wir denn hin? Ja, das Wasser treibt das Wasser einfach wieder an. Sehr schön. Und das Wasser gerade treibt... Es treibt... die Rolle an. Womit wir dann durch können. Gut. Da können wir wieder das Wasser einfärben. Und hier hoch, zum Farbstern. Geschafft. Wir haben jetzt einen großen Farbstern geschafft, Mario. Los, holen wir uns. Das ist doch gar kein großer Farbstern. Er ist viel zu klein. Mario, wir behandeln sich so einen kleinen Farbstern. Ja, ach, nee. Aber keine Sorge. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Kleine Farbstern sind so etwas wie ein großer Farbstern. in Mini-Format. Toll. Ach, das sind solche Infos. Die kloppen einfach nicht. Ich denke, das bedeutet, dass wir auf der richtigen Spur sind. Kleine Farbstern werden uns ganz sicher zum großen Farbstern führen. Und Großfarbstern führen dazu, dass mein wunderschöner Brunnen zu seiner vorigen Pracht zurückkehrt. Ey, was geht hier vor? Ein großes Schiff der Farbe mit einem Toad an dem Farbeimer. Also der sieht ja gar nicht gut aus. Die Luftkaterie macht sich mit einem großen Eimer in unserer Farbe davon. Haben Sie etwa so viel Farbe aus Prostbergastung gestohlen? Schnapp mit dem Stern und los geht's. Level geschafft! Und dann haben wir ein bisschen etwas zu halten. Münzen, Farbe, auch mit Seil und dabei. Yay. Und dieser Farbstern führt hierher. Und färbt der Gegend wieder ein. Also gut, damit hätten wir unseren ersten Farbstern bekommen. Das heißt, als nächstes geht's zum Papieroni-Pfad. Aber das wär's dann für den heutigen Part. Wir sehen uns dann in diese Serie wieder. Bis dann sage ich bis dann und Aloha!